Okay Leute, heute geht's um richtig fettes Drama, um Gossip, Verwirrung und fetten Beef. Willkommen zu großen Polit-Shit-Show straight aus dem Familienministerium. 16 Jahre lang hatten die Grünen ziemlich viel zu meckern an der Politik der Vorgängerregierung. Und es ging auch ziemlich easy so aus der Opposition. Dann kam die Ampel und es war klar, manche Ministerien lassen sich die Grünen nicht nehmen. Zum einen war es der Bereich Klima und Umwelt, aber auch das Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, a.k.a. das Familienministerium. Und ich meine klar, wenn man es richtig macht, kann man da viele gesellschaftspolitische Reformen umsetzen. Zum Beispiel endlich was gegen Kinderarmut in Deutschland tun. Laut Statistischem Bundesamt sind 24% der unter 18-Jährigen in Deutschland armutsgefährdet. Das ist nur 0,7% weniger als der EU-Durchschnitt. Und das empfohlt Deutschland die größte Volkswirtschaft in der EU ist. Oder man könnte mit dem Ministerium die Gleichberechtigung von Frauen und Männern wirklich voranbringen. Denn 2023 haben Frauen in Deutschland immer noch pro Stunde durchschnittlich 18% weniger verdient als Männer. Grund für die ungleiche Bezahlung? Viele Frauen arbeiten häufiger in sozialen und nicht gut bezahlten Berufen, wie beispielsweise der Pflege. Außerdem sind es immer noch Frauen, die einen Großteil der sogenannten Care-Arbeit übernehmen und deshalb häufiger in Teilzeit arbeiten. Die Ampel hat sich sogar in den Koalitionsvertrag geschrieben, dass die Gleichstellung von Männern und Frauen noch in diesem Jahrzehnt erreicht werden muss. Und eigentlich hätte man meinen sollen, dass der Job im Familienministerium eine vergleichsweise einfache Kiste wird. Denn wenn man auf all die Problemfelder schaut, bei denen die Ampel echt unterschiedliche Ideen hat, wie Finanzen, Verkehr, Wirtschaft etc., dann muss man schon sagen, im Bereich Gesellschaftspolitik gab es doch viele Überschneidungen. Naja, nach zweieinhalb Jahren Ampel muss man sagen, ständig gibt es Zoff ums Familienministerium. Und das von Anfang an. Nach weniger als einem halben Jahr hatte die Ministerin Anne Spiegel den Job schon wieder hingeschmissen. Und das nach der weirdesten Pressekonferenz, die ich je gesehen habe. Bis heute kein Plan, was da los war. Auf Anne Spiegel folgte dann Lisa Paus. Und ich sag mal so, auch bei ihr läuft's nicht so ganz lockerflockig. Ständig steht sie in der Kritik, auch von den anderen Ampelparteien. Das Familienministerium scheint zum Fail-Milien-Ministerium geworden zu sein. Haha! Aber was läuft da konkret schief? Sind Lisa Paus und ihre Leute echt unfähig? Oder machen andere Parteien eventuell dem Ministerium das Leben extra schwer? Looking at you, FDP? Holt euch Popcorn, ich erzähle euch jetzt alles über das Drama-Ministerium. Und bitte. Als 2021 die SPD, die Grünen und die FDP eine Regierung gebildet haben, war das ein krasses Debüt. Zum ersten Mal gab es eine Ampel auf Bundesebene. Die Regierungsbildung war nicht so ganz einfach. Viele, viele Koalitionsgespräche wurden geführt. Und ich meine, ist ja auch klar. Wenn man sich anschaut, wofür die Parteien stehen, dann haben alle drei unterschiedliche Ziele und Prioritäten. Die SPD als die Sozialen, die Grünen als die Klimaretter und die FDP als die Liberalos. Doch einen gemeinsamen Nenner gab es trotzdem. Die größte Schnittmenge von SPD, Grünen und FDP liegt eigentlich so im gesellschaftspolitischen Bereich. Das sagt Sarah Beham, Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Sie beobachtet die Bildungsfamilien und Klimapolitik in Berlin und ist ganz nah dran am Familienministerium. Für einen Großteil der vielen geplanten gesellschaftspolitischen Reform der Ampel ist das Familienministerium zuständig oder redet dabei mit. Und die Grünen haben sich bei den Koalitionsverhandlungen sicherlich gedacht, das ist ganz best. Dafür haben sie Anne Spiegel, die ehemalige Umweltministerin von Rheinland-Pfalz, ins Rennen geschickt. Naja, und bevor davon irgendwas groß abgearbeitet werden konnte, war die Familienministerin schon wieder raus. Das muss man sich mal reinfahren. Kurz vor Weihnachten 2021 war sie in ihren neuen Job gestartet und kurz vor Ostern hat sie schon wieder hingeworfen. Was war da los? Ihr erinnert euch sicher noch an die Flutkatastrophe im Ahrtal in Rheinland-Pfalz. Die schlimmste Hochwasserkatastrophe seit mehr als 100 Jahren. Über 100 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. 9000 Häuser wurden zerstört. Und der Umgang mit der Katastrophe hat so einige Leute in der Politik ihren Job gekostet. Nicht nur er hier soll wegen seinem Gefeig sind nicht Bundeskanzler geworden sein, sondern auch Anne Spiegel hat die Katastrophe karrieretechnisch eingeholt. Sie war genau zu der Zeit die Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Und da Hochwasserschutz da zum Umweltministerium gehört, ist die Flut auch in ihre Zuständigkeit gefallen. Das Problem war, Spiegel ist nur 10 Tage nach der Flutkatastrophe lieber mit ihrer Family in den Urlaub gedüst. Für ganze 4 Wochen. Bei ihren Erklärungen dazu soll sie dann auch noch darüber gelogen haben, an welchen Meetings sie angeblich teilgenommen hat. Das fanden viele ziemlich uncool und zwar so uncool, dass sie ihren Rücktritt gefordert haben und Spiegel ist dann auch zurückgetreten. Angeblich um Schaden vom Amt abzuwenden, das vor großen politischen Herausforderungen stehe. So weit, so shitty für die Grünen. Die Familienministerin hat innerhalb von kürzester Zeit für den ersten PR-Super-GAU der Ampel gesorgt. Und die Grünen mussten sich fragen lassen, habt ihr euch nicht vorher über die Vergangenheit eurer Ministerin informiert? Nach Spiegels Rücktritt ging es vor allem darum, schnell eine Nachfolge zu finden. Am Ende wurde es dann Lisa Paus. Damals haben sich viele gedacht, Lisa wer? Kannte keiner. Paus war auch nie als Sozialpolitikerin bekannt, sondern eher als Finanzpolitikerin. Hatte sie immerhin Regierungserfahrung? Nope. Fehlanzeigen. Wieso also kam Lisa Paus dann ins Familienministerium? Die Grünen sind eine Partei, muss man sich aber so vorstellen, besteht aus zwei Flügel oder zwei Lager. Einmal die Linken und einmal die Realos. Und Anne Spiegel, die kam eher aus dem linken Flügel der Partei der Grünen. Und als sie eben nicht mehr Ministerin war, war klar, okay, ihre Nachfolgerin, die muss auch aus dem linken Flügel kommen. Und das trifft eben auch auf Lisa Paus zu. War das eine gute Wahl? Einige der Partei dürften da anderer Meinung gewesen sein. Manche fanden, Lisa Paus sei weder wirklich vom Fach, noch würde sie besonders herausstechen. Aber man wollte halt keinen Flügelstreit. Und auch das Verhältnis von Männern und Frauen in der Regierung sollte gleich bleiben. Wobei ein Mann im Familienministerium für die Grünen wahrscheinlich eh undenkbar gewesen wäre. Nach außen hin gaben sich die Grünen natürlich überzeugt von ihrer neuen Familienministerin. Umso größer ist die Freude, dass wir mit Lisa Paus eine erfahrene, kompetente und durchsetzungsfähige Frau gefunden haben, die dieses Haus im Sinne der Menschen in diesem Land führen wird. Ein Pluspunkt hatte Paus aber. Tatsächlich hat sie als Finanzpolitikerin schon vorher an der Kindergrundsicherung mitgearbeitet. Und die ist für die Grünen essentiell wichtig. Sie ist die wichtigste sozialpolitische Reform, die sich die Partei vorgenommen hat. Das ist eigentlich das Vorzeigeprojekt der Grünen, das Prestigeprojekt dieser Partei, Herzensprojekt Kindergrundsicherung. Und naja, Spoiler-Alert, Lisa Paus ist gerade dabei, das ganze Ding komplett an die Wand zu fahren. Dazu ganz kurz die Basics. Mit der Kindergrundsicherung sollen fünf bestehende Sozialleistungen, wie zum Beispiel das Kindergeld und der Kinderzuschlag, gebündelt werden. Das Kindergeld kennt ihr wahrscheinlich alle. Der Kinderzuschlag kann zusätzlich zum Kindergeld von erwerbstätigen Eltern beantragt werden, für die es schwierig ist, finanziell für die Kinder aufzukommen. Das Problem ist, nur knapp jedes dritte Kind, das Anspruch hat, bekommt aktuell den Kinderzuschlag. Und man kann schon sagen, wenn auf der einen Seite die Kinderarmut steigt und auf der anderen Seite staatliche Leistungen für bedürftige Kinder nicht abgerufen werden, dann läuft doch was schief. Vor allem, wenn der Kinderzuschlag und das Kindergeld gerade erst erhöht worden sind. Irgendwo muss da also der Wurm drin sein. Es ist nicht hinzunehmen, dass jedes fünfte Kind in Deutschland in Armut aufwächst. Damit müssen wir Schluss machen. Es könnte sein, dass manche sich einfach von der Bürokratie bei der Beantragung überfordert fühlen. Manche wissen aber vielleicht auch gar nichts von der Leistung. Die Kindergrundsicherung soll genau da ansetzen. Sie teilt sich auf in einen Kindergarantiebetrag, der für alle Kinder gleich hoch ist, also ähnlich wie das Kindergeld, und einmal einen Kinderzusatzbetrag, der vom Einkommen der Eltern abhängig ist. Je nach Bedarf und Alter der Kinder könnten dann insgesamt bis zu 636 Euro im Monat rumkommen. Das alles soll dann einfach und digital beantragt werden können und Familien sollen darüber informiert werden. Was vielleicht für einige von euch auch spannend ist, in Zukunft sollen Volljährige das Geld direkt auf ihr eigenes Konto ausgezahlt bekommen können. Was gerade dann gut ist, wenn man jetzt eventuell nicht so das beste Verhältnis zu den eigenen Eltern hat. Ja, nice, dann letztes Jahr im Juli hat Paus noch versprochen, dass es in der gesamten Bundesregierung die Verständigung gibt, dass wir Ende August im Kabinett die Kindergrundsicherung, das Gesetz verabschieden wollen. Jetzt ist fast ein Jahr später und mittlerweile heißt es, spätestens Anfang 2025 kommt die Kindergrundsicherung. Das Problem ist, die Bundesagentur für Arbeit selbst meint, wenn sie kein fertiges Gesetz bis Ende Februar habe, könne sie nicht bis 2025 mit der Umsetzung fertig werden. Naja, wenn jemand auf den Kalender schaut, ist es jetzt Mai. Damit sei die Einführung der Kindergrundsicherung zum 1. Januar 2025 vom Tisch. Das sagt zumindest die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles. Kennt ihr vielleicht noch. Und wenn ich das hier so sehe, dann scheint die Umsetzung noch in krass weiter Ferne zu sein. Aber was ist das verdammte Problem? Hier kommt ein kurzer Abriss. Die FDP war von Anfang an kritisch, als es um die Kindergrundsicherung ging. Geht es nach der FDP, dann sagen die, okay, die Kindergrundsicherung soll eigentlich ein reines Digitalisierungsprojekt werden. Und das beißt sich gewaltig mit der Auffassung der Grünen. Aber wenn man Kinderarmut wirksam bekämpfen will, dann muss es auch um bessere Leistungen für die Ärmsten in unserer Gesellschaft geben. Jedes Kind hat das Recht auf eine Chance in unserer Gesellschaft. Genau dafür hat sich Paus Anfang 2023 massiv eingesetzt und hat gesagt, wir müssen da richtig viel Geld reinbrettern. Ich brauche 12 Milliarden Euro für die Kindergrundsicherung. Christian Lindner hat dann nur gesagt, ja lol, Lisa, ist nicht. Wir haben schon das Kindergeld erhöht, das hat 7 Milliarden Euro gekostet. Mehr gibt es nicht. Und das Problem für Paus war dann, naja, sie konnte dann auch nicht genau sagen, warum es genau 12 Milliarden Euro sein sollen. Die Linke hat nachgefragt, hat keine genaue Antwort bekommen, die Union auch, wieder nichts. Dann haben wir natürlich auch nochmal nachgefragt, so kennt ihr uns, und auch gehört, sorry, können wir euch nicht sagen. Und dann hieß es irgendwann von Paus, naja, 12 Milliarden, 2 bis 7 Milliarden soll die ganze Sache kosten. Naja, und dann war die Verwirrung komplett. Aus dem Ministerium wollte man die Zahlen erstmal nicht mehr kommentieren. Und der Spiegel hat eine Stimme aus dem Umfeld der Grünen zitiert, dass das ein kommunikatives Desaster sei. Man muss dazu sagen, in der ganzen Ampel gab es zu diesem Zeitpunkt mehr Streit als in der Kabine von Bayern München. Immer wieder wurde aus der Koalition dazu aufgerufen, endlich mal ein bisschen runterzufahren, sich nicht immer so anzuzicken. Es gab ja immerhin große Probleme. Krieg in der Ukraine, Energiekrise, die Wirtschaft schwächelt. Deshalb sollte ein sogenanntes Wachstumschancengesetz auf den Weg gebracht werden, mit Steuererleichterung für Firmen. Darauf hatte sich Wirtschaftsminister Habeck mit Finanzminister Lindner geeinigt. Naja, und dann kam Pause und hat gerufen, nö, so nicht. Da hat sie ihr Veto eingelegt und gesagt, äh, nee, ich sag so lange nein, bis ich mehr Geld für die Kindergrundsicherung bekomme. Das war direkt in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause. Das Vorhaben war nicht mit Robert Habeck abgestimmt, sah in der Presse komplette Kacke für die Grünen aus und wurde direkt zum nächsten kommunikativen Desaster der Familienministerin. Besonders Habeck war dann extrem pisst. Der dann eben letztes Jahr auch, ja, öffentlich gesagt hat, bei diesem ganzen Veto-Streit vom Paus und Lindner, wir versauen es uns permanent selbst. Bezogen eben auf den Ampelstreit. Am Ende haben sich Lindner und Paus dann geeinigt, auf 2,4 Milliarden Euro. Damit sei Paus dann, Zitat, zufrieden gewesen. Übrig blieben dann ganz viele Menschen in der Politik mit ganz vielen Fragezeichen im Gesicht, weil das ist halt schon sehr viel weniger als die 12 Milliarden, die sie am Anfang haben wollte. Man könnte meinen, wenn es eine Einigung gab, dann ist es ja jetzt schön und gut. Nein, wir haben einen gemeinsamen Gesetzentwurf in der Koalition im Kabinett beschlossen. Der Finanzminister, der Arbeitsminister und ich gemeinsam haben das erarbeitet. Die gesamte Bundesregierung hat es beschlossen. Dann kann man da jetzt den Deckel drauf machen, oder? Ja, denkste. Es gibt aktuell wieder massiven Streit um das Projekt. Manche sagen, es steht komplett auf der Kippe. Besonders Koalitionspartner FDP attackiert Paus und ihr Familienministerium heavy. Aber warum? Man kann sagen, von Anfang an haben Grüne und FDP bei der Kindergrundsicherung ziemlich unterschiedliche Dinge im Kopf gehabt. Die Grünen sagen in dem Streit dann immer wieder, ey, guck mal bitte in den Koalitionsvertrag, da steht drin, wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen. Und dann sagt die FDP, ja, lest ihr doch mal den Koalitionsvertrag. Der Satz geht nämlich noch weiter. Da steht nicht nur, wir wollen mehr Kinder aus der Armut holen, sondern auch und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisierung und Entbürokratisierung. Im Koalitionsvertrag ist das Vorhaben generell ziemlich vage beschrieben. Auch von mehr Geld ist nicht explizit die Rede. Und genau hier springt der Hund ins Wasser. Grüne und FDP haben fundamental andere Ansichten darüber, was mit dem Gesetz erreicht werden soll. Ein riesiger Knackpunkt ist das Thema Bürokratie. Im März hieß es noch, es sollen 5000 neue Verwaltungsstellen geschaffen werden, um die Kindergrundsicherung umzusetzen. Das hat auch Lisa Paus gesagt und betont. Mit den 5000 Stellen wollen wir von der Hoheschuld der Bürger zu Bringschuld des Staates. Das hat hierfür für ordentlich Wirbel gesorgt und ein Aufschrei um Bürokratiemonster und das gibt's ja nicht. Kurz darauf ist Paus dann zurückgerudert und hat gesagt, ja okay, die 5000 Stellen sind einfach nur eine Schätzung der Bundesagentur für Arbeit und hat eingeräumt, ich zitiere, Ich kann verstehen, dass die Zahl, die im Umlauf ist, Diskussionen verursacht. Die Kommunikation war wieder mal ein bisschen suboptimal, zu dem Thema kommen wir gleich noch. Aber generell merkt man, dass Grüne und FDP eine fundamental andere Vorstellung von Entbürokratisierung haben, wie es im Koalitionsvertrag steht. Lisa Paus hat in einem Interview gesagt, das zusätzliche Personal bedeutet eine Bürokratieentlastung für die Bürger. Im Moment tragen sie die Bürokratielast. Also mehr Verwaltungsstellen bedeuten für sie weniger Bürokratieaufwand für Eltern bei der Beantragung. So hat es uns auf unsere Anfrage hin auch Andreas Audretsch, Vizefraktionschef der Grünen im Bundestag, gesagt. Das ist ein Riesenabbauprogramm für Bürokratie für die Eltern. Das ist ein Riesenabbauprogramm für Papierkram, was die Gemeinden angeht und was die Kommunen angeht. Das ist ein Riesenabbauprogramm für Bürokratie und Papierarbeit, was die Lehrerinnen und Lehrer angeht, weil wir wollen, dass die Leistungen einfach und direkt bei den Familien, bei den Kindern ankommen. Das ist ein großes Konzept, was wir da haben. Da muss man auch umbauen, da muss man Verwaltung verändern. Und ein Umbau dieser Verwaltung bedeutet für die Grünen dann eben mehr Stellen. Laut Medienberichten ist das Finanzministerium sogar von bis zu 9000 zusätzlichen Stellen ausgegangen. Das haben die Grünen dann aber dementiert. Bei der Definition geht die FDP aber nicht mit. Für Lindner und seine Partei bedeutet Entbürokratisierung, dass es in den Behörden keinen übermäßigen Verwaltungsaufwand gibt. Und es würde eben das Gegenteil geschehen, wenn man immer mehr Stellen in der Verwaltung schafft. Für FDP-Sozialpolitiker Jens Teutrine verfehlt die Kindergrundsicherung aber auch den Bürokratieabbau bei den Eltern. Das Ziel der Kindergrundsicherung ist es, den Menschen das Leben einfacher zu machen, Kinder aus Armut zu holen und Bürokratie abzubauen. Das aktuelle Konzept bewirkt das Gegenteil. Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher müssten statt wie bisher einen Antrag schon bald eventuell drei Stellen. Die Kindergrundsicherung bei der Familienkasse, bei der Kommune das Bildungspaket und beim Jobcenter die Leistung. Und Teutrine bemängelt, dass man durch so viel Bürokratie auch wahnsinnig viel Kohle verbrennen würde. Und es muss massiv Geld in die Bürokratie investiert werden. Ein Viertel der ganzen Kosten der Kindergrundsicherung geht in die Verwaltungsbürokratie. Aber man muss sagen, nicht nur aus der FDP kommt massiv Kritik am Gesetzesentwurf, sondern auch vom anderen Koalitionspartner. Katja Maast, erste parlamentarische Geschäftsführerin der SPD, hat im Tagesspiegel gesagt, dass der Gesetzesentwurf wahnsinnig schlecht gemacht sei. Ohne substanzielle Änderungen würde das Parlament die Kindergrundsicherung nicht verabschieden. Auch die CDU beschwert sich über die Pläne und spricht von einem Bürokratiemonster Kindergrundsicherung. Und was soll ich euch sagen, Leute, da hört es noch nicht auf. Sogar eine ehemalige Mitarbeiterin von Paus aus dem Ministerium, die für das Projekt verantwortlich war, hat sich öffentlich hingestellt und hat gesagt, dass die ganze Nummer eine falsche Idee sei. Sie sagt, wer Familie mehr Geld geben will, kann das innerhalb des bestehenden Systems tun. Und wer die Verwaltung vereinfachen will, erreicht mit der Kindergrundsicherung trotz allerbester Absichten de facto leider das Gegenteil. Auch aus den Kommunen kommt massiver Widerstand und die Jobcenter schlagen richtig Alarm und sagen, ey, das wird mit diesen Plänen alles viel komplizierter. Die haben sogar einen Brandbrief an Olaf Scholz geschrieben. Und das ist schon ein krasser Move, quasi dem Chef von Lisa Paus zu schreiben und zu sagen, ey, deine Mitarbeiterin fährt hier alles an die Wand. Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen? Kritiker, nicht nur bei Parteien unter Politikern, sondern auch bei Behörden, sagen immer wieder, dass die Kommunikation, dass das eigentlich der Knackpunkt ist. Dass die Ministerin zu wenig erklärt, zu wenig einordnet und einfach erklärt, okay, wie will sie denn jetzt wirklich Kinderarmut bekämpfen? Und am Strich kann man sagen, Ja, die Kindergrundsicherung ist ein irres, irres, komplexes Vorhaben, aber die Performance ist bislang eher schwach. Es geht viel um Zahlenzirkus und Kostenchaos und das bleibt momentan eben von diesem Projekt hängen. Wir wollten aber natürlich wissen, was das Familienministerium dazu zu sagen hat. Was meinen die denn zur Kritik von der eigenen Ex-Spitzenbeamtin und was zum Ärger über den Kommunikationsstil der Ministerin Paus, auch von Robert Habeck? Und naja, die Antworten kamen etwas ausweichend daher. Ein Sprecher hat uns gesagt, dass es bei einer so großen Sozialreform Kritik gibt, ist zu erwarten. Und angesprochen auf die Kommunikationsprobleme wurde uns gesagt, die Kommunikation ist an dem Gesetzentwurf orientiert. Dabei gibt es, wie auch bei anderen großen Gesetzgebungsvorhaben, einen intensiven Austausch von Meinungen. How do you know what's good for me? That's my opinion! Ziel sei weiterhin, Kinder aus der Armut zu holen und das Ministerium sagt, dabei soll es weniger Bürokratie geben. Man setzte auf Digitalisierung und Automatisierung. Im Ergebnis gehe es darum, es den Familien einfacher zu machen. Wenn ihr die ganze Antwort vom Familienministerium lesen wollt, schaut einmal ins Quellendock. Aber wann soll die Kindergrundsicherung dann verabschiedet werden? Das ist noch unklar. Der Gesetzentwurf sei jetzt im parlamentarischen Verfahren. Wann das Ding am Ende durchgeht, sei von den Verhandlungen abhängig. Man kann aber sagen, für Lisa Paus und ihr Ministerium hängt quasi ihr kompletter Ruf davon ab, ob die Reform am Ende klappt. Wenn das Vorhaben scheitern sollte, dann wäre die wichtigste Sozialreform der Grünen an die Wand gefahren und das wäre für Paus und ihr Ministerium eine Katastrophe. Aber die Kindergrundsicherung mag zwar das wichtigste Vorhaben aus dem Familienministerium sein, nur sie ist bei weitem nicht das einzige. Schauen wir mal, ob wirklich alles aus dem Ministerium ein Fail war. Ob sich Projekte aus dem Familienministerium flott umsetzen lassen, das kommt momentan in erster Linie immer auf einen Faktor an. Die sind immer dann erfolgreich, wenn sie nichts kosten. Also Beispiel Selbstbestimmungsgesetz. Ja, also schneller, einfacher den Geschlechtseintrag ändern, das ist durch. Zusammen mit dem Bundesjustizministerium hat das Familienministerium die Änderung des Geschlechtseintrags für Transmenschen einfacher gemacht. Langwierige Gerichtsverfahren um psychiatrische Gutachten werden in Zukunft wegfallen. Viele Betroffene fanden die Befragung als sehr irritierend und krass intim. Trotz scharfer Kritik von Union und AfD wurde das Gesetz verabschiedet. Im November 2024 wird damit also das Transsexuellengesetz abgelöst. Erfolge gab es aber auch noch in anderen Bereichen. Dann auch beim Thema Schwangerschaftsabbrüche. Da gibt es härtere Strafen jetzt für radikale Abtreibungsgegner, die schwangere Frauen auf Gehsteigen belästigen. Oder auch der sehr umstrittene Paragraf 219a, der eben Werbung von Schwangerschaftsabbrüchen bislang verboten hat. Den gibt es auch nicht mehr. Also das alles ist durch. Und am Strich geht es also überall da voran, wo etwas für ungemachbar ist, eben bei Gesetzesänderungen. Aber wo hakt es? Das sind eben solche Projekte und Vorhaben, die dann Geld kosten in diesen Bereichen. Zum Beispiel Familienstartzeit. Da geht es darum, dass der Partner nach Geburt seines Kindes zwei Wochen bezahlt zu Hause bleiben kann. Da ist man sich nicht einig und genauso wenig beim Demokratiefördergesetz. Da geht es um die langfristige Förderung und auch Finanzierung von Demokratieprojekten und natürlich auch Kindergrundsicherung. Also das alles kostet und da sind sich die Parteien uneins. Das heißt aber auch, mit dem aktuellen Sparkurs, den Christian Lindner angekündigt hat, hat Lisa Paus einen schweren Stand. Und gekürzt müsste in den Ministerien werden, die die höchsten Sozialausgaben haben. Es ist also nicht davon auszugehen, dass der Job für Paus in absehbarer Zeit irgendwie leichter wird. Fazit. Ich muss sagen, manchmal tat es in den letzten Monaten schon fast weh, wenn man die Performance von Lisa Paus beobachten musste. Es war ein ständiges Hin und Her. Entfordern, Blockieren, Zurückrudern und Relativieren. Und mit all dem hat sie ihrer Partei als Teil der Ampel massiv geschadet. Auch wenn durchaus einige kleinere und mittlere sozialpolitische Erfolge erzielt worden sind, die Kindergrundsicherung ist ihr Endgegner, an dem sie zu verzweifeln droht. Wenn das Gesetz am Ende scheitert, dann wäre das für die Grünen ein massives Desaster. Und ob dieses Gesetz durchkommt, darin wird die komplette Performance des Familienministeriums jetzt gemessen. Aber schon jetzt und auch nicht zuletzt durch den massiven Reinschiss von Paus Vorgängerin Anne Spiegel, kann man die Performance aus dem Familienministerium durchaus ziemlich kritisch sehen. Man muss aber auch sagen, der Koalitionspartner FDP hat Paus als leichtes Opfer identifiziert und sich massiv auf sie eingeschossen. Auch wenn es handwerklich so einiges zu bemängeln gibt, auch die FDP ist Teil der Koalition und hat sich zur Kindergrundsicherung bekannt. Ein Scheitern würde nicht nur den Grünen und Paus wehtun, sondern auch auf die Arbeit der gesamten Ampel zurückfallen. Und manchmal wirkt es so, als würde man am Ast sägen, auf dem alle gemeinsam sitzen. Was sagt ihr? Seid ihr von der Performance von Lisa Paus in ihrem Ministerium enttäuscht? Oder sind Erfolge wie beim Selbstbestimmungsgesetz oder bei 219a für euch deutlich wichtiger als eine Kindergrundsicherung? In die Kommentare damit. Digital, absolut unbürokratisch und immer für euch da, unser Abo-Button hier direkt klicken und nicht vergessen die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video verpasst. Hier erzählen wir euch, was der Bundestag für ein krasses Lobbyproblem hat und der dunkle Parabelretter erzählt euch hier, warum es dem Osten gerade so gar nicht gut geht. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.